Wie wirkt Cannabidiol, das CBD? Cannabidiol wird aus den Blüten der Hanfpflanze gewonnen. Wie THC gehört es zu den Cannabinoiden und wirkt bei Einnahme auf das Cannabinoid-System des Körpers. Wie genau, das ist noch unklar. Was die Forscher wissen, auch CBD arbeitet nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Allerdings dockt es im Unterschied zu THC nicht an die CB1-Rezeptoren an, die vor allem im zentralen Nervensystem vorkommen. Dadurch hat es keine psychoaktive Wirkung. Der Aufbau und die Molekülstruktur von THC und CBD ähneln sich. Toxikologen vermuten deshalb, dass CBD ähnlich bei Schmerzen und Entzündungen wirken könnte wie THC. Nur nicht psychoaktiv. ZD zoen ZD ZD ZD